Also, das mit der Flucht aus der rauen Wirklichkeit, das ist keineswegs ein Zeichen unserer Epoche. Das hat es schon immer gegeben. Auch in der Zeit, in der unser Stück spielt. Nur war man damals vielleicht unschuldiger. Noch nicht ganz so abgebrüht. Aber auch wenn Ihnen die Kostüme und die Frisuren ganz hochmodern vorkommen, vergessen Sie nicht, dies ist ein Kostümstück. Und zwar wurde es vor 50 Jahren geschrieben von Noel Cowart, der nichts anderes wollte im Leben, als die Menschen zu amüsieren. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Amen. 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 Amen.